Ja, willkommen zurück zu The World 2, ist schon wieder die, äh, keine Ahnung, wie viel der Aufnahme ist, die dritte diesmal, ähm, und, ähm, ja, meine SRP diesmal im Team, Feuer, Mainz und Germany, auch ganz witzig gewesen, und Frannik, wo wir gewonnen haben, genau wie bei Mainz und Germany, und ich muss ganz hinten noch die Musik schnell machen, äh, ich hoffe, ich verpasse nichts, ich merke, wenn der Pisten hochgeht und so eine Scheiße, ich muss mal die Musikleiter stellen, äh, ich bin ganz oft gestresst, so, ja, ja, oh, was geht denn jetzt hier ab, so, die Mucke läuft, ich höre jetzt mal so ein bisschen Papa Fjord Music im Hintergrund, und jetzt geht's los, 10, 10, 9, 8, 7, ich hoffe, Papa Fjord macht doch komplett alles eigene Musik, keine Gekauwarten, oder? Lies doch mal seine, äh, Frage. Ja, sag du mir das doch, du benutzt sie doch. Ja. Okay, gut. Wenn du zu lang, wie du den in der Beschreibung verlinkst, kann der dir gar nichts. Okay, also, pass auf, es wird auch dich anfangen zu laggen, aus einem ganz bestimmten Grund, weil diese ganzen, weil es gibt vier Uhren, und allgemein Redstone startet und diese Walls runternehmen, nach einem bestimmten Counter. Egal. Das heißt, es wird allgemein, allgemein bei jedem lag, egal wie gut du beim PC ist, also ich hab bis jetzt noch keinen gesehen, bei dem es noch nicht geleckt hat. Es wird allgemein vom Server aus so ein bisschen laggen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Es hängt jetzt schon langsam an, wie du siehst. So, ich sammle jetzt Holz, sammle mal ein bisschen mit Holz, damit wir vielleicht loslegen können. Also, wie gesagt, ich kümmer mich um die Secrets, du kümmerst dich um, um die Steine, ne? Ja. Und um das Eisen, also so viel Eisen wie möglich sammeln. Halt sogar keins, okay. Alleine anders, bleib ernst. So, hier in der Kiste ist alles, was wir brauchen. Okay, ist voll bekannt. So, wir haben 20 Minuten Zeit und jetzt fängt es an zu laggen, oder? Nö, bei mir noch nicht. Aber teilweise gehen bei mir bei FPS Einbrüche rein. Es lag selbst bei 40 FPS irgendwie. So, ich pflanze hier nochmal ein bisschen was an. Und wie, wo soll ich mich jetzt genau runtergraben? Am besten, wir sind diesmal auch noch auf einer anderen Ebene. Grab dich am besten hier runter. So, dann mach ich hier den Pisten. Oh, jetzt hab ich... Oh, oh. Oh, lecker. Weizen? Nein. Abspacke aufs Übelste. Ja, hab ich doch gesagt. Das fängt jetzt an. Warte, ich geb dir mal vier Brote. Kannst du dir gleich nochmal holen. Dann mach ich jetzt noch mal ganz ein Holz. Holz vor allem. Aua. Was denn? Der, der leck. So, jetzt geh ich mal ganz... Ach, hast du die Craftingbox gepunkt? Egal. Ich komm eh gleich runter. Beeil du dich, ich besorg mich in mir die Kisten. Oh, WTF, so kann man doch nicht spielen. Ja, doch, es läuft. Es fängt am Anfang an und dann geht's jetzt besser. Ich hab nämlich 40 Bilder pro Sekunde. Wie viel hast du? Ach, 60. Ja, dann läuft doch. Ja, nee, sonst nehme ich mit 120 auf. Ja, und? Ich hab nur 60 eingestellt. Was soll ich denn machen? Bis da ganz unten, irgendwann findest du so eine Spalte oder so. Irgendwie eine Höhle. Die wird hier unter sein. Die ist auf jeder Erde, auf jeder Kart ist die gleich, sonst wär's ja unfair. Kohle. Oh, der gibt's sehr erfahrt. Oh. Ja, die ist auch versand wichtig. Wir müssen... Das Schwert ist das wichtigste, was du enchanten solltest. Dann machen wir alles auf Level 1. Rüstung. Geil wäre, wenn wir ein Feuerschwert hinbekommen, was natürlich relativ unmöglich sein wird. Boah, mach doch den Scheiß schneller ab. Man. Oh, jetzt aber. Ist hier um die Kiste? Wo ist die Scheißkiste? Da oben auf den größten Baum war sie, glaub ich. Man gewöhnt sich an die Legs, glaub mir. Das ist, äh, ganz normal. Nein. Oh, ich hab's geschafft. Ich geh mich dann gleich nochmal ran machen, die Kühe zu schlachten. Dann kann ich mich so ein bisschen Essen mit runterbringen. Das ist unser Hauptteil, wie gesagt, wir verstecken uns unten. Machen wir immer so bis jetzt. Das hat immer geklappt. Das ist, weil das Fisch auf Java programmiert ist. Das ist das Fisch vor allen Dingen. Nee, weil das ist wegen der ganzen Redstone-Zeitung hier. Ja, ist ihm egal. Hätten sie es auf C++ programmiert, wäre das nicht so. Scheiß drauf. Dann würde es auch Eis für alle geben, weißt du? So, diese Scheißkiste. Ist die auf dem Baum? Wo ist die Kiste? Ipische Musik, sagt es uns. Dö, 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 dö. Ach komm, spür mal weiter, das Lied. Da ist sie, ich hab sie gefunden. So, da drin müssten XP-Beutel sein, genau. Redstone, Emerald, ich weiß nicht mehr, was wir den Emerald brauchen sollen. Suicide können wir auch als Falle verwenden. Die Map gefällt mir irgendwie. So, jetzt aber schnell hier. Wir müssen mal im Rutsch flüchten. Du brauchst ne Crafting-Box craft, weil du dir die meintest, kaputt zu machen. Ne, die hab ich mir selber gecraftet. Ja, ist ja scheißegal, wir müssen hier zusammenarbeiten. Ne, ich arbeite gegen dich. Ne, Mannschaft. Jetzt, hau ich ne Kuh mit ne Häuschwerk gefällt. Das ist die Grenze. Das umschleißt die Grenze. Ist hier nicht die andere Kiste? Da ist sie. TNT, goldener Apfel. Einen goldenen Apfel behalte ich, weil, ähm, den werden wir später gebrauchen. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil es gibt hier ja noch eine Kiste, wo Poisonflaschen drin versteckt sind. Und wenn du diese Map schon mal gespielt hast, dann findest du die auch sofort. Ich hab die Map noch nicht gespielt. Ja gut, ich, ich kenn sie aber schon, weil ich es jetzt schon zweimal gespielt habe. So, wenn wir wieder gewinnen. Ich mach ein Fass auf. Ich mach wirklich ein Fass auf. Könnt alle vorbeikommen. Na gut, das ist weniger, aber ich hab die zweite Röleums gefunden. Das Sighted Secret. Nehm ich gleich mal mit. Ich hab immer noch keine Spalte. So, wieder TNT. Du wirst aber da ganz tief fallen, das ist dir klar. Doch, jetzt hab ich sie. Die ist da. Okay. Die hab ich jetzt. Gut, da müsste ein Haufenweise Eisen sein, was wir auf jeden Fall sammeln sollten. So. Die Mucke ist erstmal gewöhnlichstbedürftig, klingt aber ganz nett. Ähm. Hatte von Anfang an Hunger. Ja, Dr. Redstone. Heul nicht rum. Hättest du was sagen müssen. Ist einfach so. Ohrööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich hab mich ja runtergebuddelt Und du fällst ja den ganzen Weg Das ist ja hervorragend Werden wir das nämlich auf eine bestimmte Taki machen Wie ich das vorhin auch Wie ich das gestern mit Franik auch gemacht habe Wir haben uns einfach runter gegraben LOL Bist du tot? Nein, wenn ich sterbe komme ich jetzt nicht mehr rein Das weißt du Ja, da bin ich halt alleine hier unten im Bunker Das werde ich auf jeden Fall nicht riskieren Aber ich werde hier auf jeden Fall den Pisten hinsetzen Und zwar zwei damit das ganze... Danke, jetzt ist dunkel hier unten Hast es verdient Eiskalt Ja, dann komm du jetzt runter Ja, ich muss erstmal den Weg runtergraben Ohne dass ich mir jetzt voll auf die Fresse gebe Nee, du bekommst keinen Heal Nee, wer will auch noch einen Heal haben? Doch unfair werden oder was? Boah, kann ich mir mal Fackeln machen? Ja Also ich versuche jetzt runter zu kommen Aber wir werden auf jeden Fall nicht mehr hier rauskommen dann, ne? Ja, das ist ja egal Erstmal ist es egal, weil wir graben uns raus So, doch Das werde ich nicht tun Ach, dann kannst du dich vielleicht verpissen Nee, werde ich nicht tun Dann suche ich mir einen anderen Partner Nee, das soll ich nicht tun So Weil ich... Weil ich bin die Erfolgsgeschichte momentan hier in dieser Runde So, ich mach dann mal einen Ofen Ja genau, so viel Eisen wie möglich sammeln Alles aus Rotten, was da ist Wie gesagt, in der Mitte werden halt auch noch Kisten versteckt Mit so allem möglichen Shit Redstone, Repeater Rot-Topic Aber wie sich das erstmal so mies runtergräbt Frannic war auch noch schlau Ja, du hast gesagt, ich soll nach unten gehen Ja, Frannic war auch noch schlauer Der hat, ähm... So, ich nehm jetzt alles mit ins Inventar und komm runter Diamanten-Megern-Shirt Den findest du da sowieso nicht Ich kenn den Map aus, wenn ich Ja, ja Achso, du griffst dich halt sinnlos rum Aber das wird kein Mensch tun Weil das einfach viel zu gefährlich wäre So, komm, ich komm jetzt runter Ach, ich wollte doch noch diese komischen Tripfire-Hooks aufstellen Das mach ich immer just for fun Das ist so eine richtige Scherzfalle von mir Weißt du wieso? Die Leute denken dann Höh, wenn ich jetzt hier lang gehe Dann merken die das alle und so Und, äh, naja Und, äh, weißt du? Mhm Das ist einfach nur so eine reine Verarsche Mehr auch nicht Ähm, ein Cobblestone haben wir hier auch schon gehabt Äh, String So, jetzt aber schnell weg hier Die Pistons müssten jetzt normalerweise greifen Hier dürfte keine Spur mehr übrig sein, wo wir langgegangen sind Ich werd mich einfach irgendwie runterjagen da Keine Sorge, ich schaff das schon irgendwie Einen Schalter hab ich auch schon mal Einen Schalter hat er schon mal Funktioniert nicht! Was? Achso Ich weiß wieso Aber es ist hier wirklich sowieso egal, weil ich ewig wieder runtergehen werde So, zack, zack Komm ich da oben ran Hervorragend So, jetzt kommt hier keiner mehr runter So, ich spring jetzt runter und ich hoffe ich überlebe es Puh, das wird echt knapp Ich muss jetzt grad auf ne Taktik machen, wo man sich relativ Wo ich mir mein Block unter meine Füße platziere dann im Sprung, weißt du Mhm Und sieh mal wieder ein bisschen Leben aufladen So, den Schermetailbill hab ich auch schon gefunden So, ich bin unten Habs überlebt Gut, hast du da unten Hast du die Spalte schon gefunden? Ja, die Ich hab die vorhin schon gesehen, aber ich hab mich hier unten erstmal festgebogen Gut, dann lass uns hochgehen, weil hier unten findet uns jeder Nee Doch, nimm am besten mal alles mit Hier bist du In der Spalte ist nicht noch ein Secret versteckt Was ist hier richtig? Doch da, genau Die Map hab ich schon so oft Wenn du die Höhle einmal kennst, kennst du sie immer Hier müssen wir langlaufen Und hier ist die Spalte, genau Also wir machen es auch so, dass wir die Spalte komplett dunkel lassen Ja Ist überall noch Eisen Ich hab kein Sternwerkzeug Da musst du dich drum kümmern Wo ist jetzt hier dieser Holz Äh, Teil Oh, Lava Und er ist wieder weggegangen Gell, der Ah Ich glaub, er wurde gerade gestöhnt Nein Indirekt Also ich bin jetzt hier im Ähm Ich bin in der Spalte Versuch mich da jetzt hochzugraben, schnell Ja, wo ist die genau? Du musst ein bisschen dich rechts halten, dann findest du sie Äh, komm ich jetzt hier irgendwie hoch, ohne mir irgendwelche sinnlosen Blöcke zu verschwenden Ja, ich bin Träuner Gut, dann bau hier einfach mal alles ab Ja, pfff Das war jetzt kein Scherz von mir übrigens Ja, das war ein Scherz Nein Weil ich hier garantiert nicht alles abbauen Aber ja, da So viel Eisen für unsere Rüstung machen, kein Schwert Das ist wichtig Ne Das ist, na gut, dann kriegst du halt kein Schwert Du auch nicht Na doch, ich bau mir das dann alles ab Ne, mach doch Wo kam denn die Oh, das ist eine andere Spalte, glaub ich Ich versuch jetzt mal einfach hier hochzukommen Ja, was willst du da oben? Ja, oben ist ein Secret Ja, ich kenn die Map nicht So, jetzt hier bin ich richtig genau So, jetzt bin ich hier oben Jetzt hab ich natürlich keine Spitzhacke dabei Ganz einfach, wir craften und Scheiße, ich hab die Workbench oben gelassen, oder? Ne Egal, wir craften es aber eine neue Jetzt sagen wir mal so 4-1 bitte Beall dich Boah, ich hab doch Zeit Nein, wir haben keine Zeit Nicht? Nein Wir haben nur 20 Minuten, wie gesagt Und ab da wird es echt brennendisch Es kann sein, dass dann die Leute richtig ausrasten Und auch alle da sind und suchen Und gleich uns auf die Fresse hauen Ich denk wir sind hier so sicher Ja, momentan erstmal schon Aber wenn sie dann drauf kommen, dass wir unter der Erde sind Dann sind sie bald hier Soll ich zu dir kommen, oder wie? Genau, genau, hier hoch Hier oben machen wir unser Basislager Hier sind wir erstmal sicherer Wo genauer? Ja hier Ja wo? Ja hier oben Ja nicht alles würde ich verschwenden, ja Ist nicht so wichtig erstmal Kann man sich eigentlich einen Trank brauen hier? Weißt du wie man Tränke braut? Nein So hier oben Hier oben kommt unser Basislang Die kannst du den Ofen platzieren und Co Hab ich auch einen? Ne Gut Dann auch wie gesagt Eisen mitnehmen Hab ich noch eine Craftingbox immer gehabt? Hier Ich brauch Cobblestone Jetzt wird es wieder ein bisschen spannender Ich denk mal, die werden wir nicht gewinnen Außer wir hier noch wirklich auf die Fresse Also wir werden den Takti verwenden Wir werden von hier Uns einfach hochgraben Einfach, ja Okay, machen wir ein bisschen noch einen zweiten Ofen Dann geht es noch schneller Bin ich schon wieder voll, ey Bones Braucht erstmal keiner Irgendwann einen Apfel Den Shaman Table So So Eine Spitzhacke machen Aus Holz Ach, ich hab kein Holz mehr Hast du noch Holz? Hast du noch Holz? Ja So, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht Boah, diese Hitze ist echt unangenehm, oder? So So Schnell eine Spitzhacke machen Schwert brauchen wir nicht aus Steine Machen wir aus Holz Äh, aus Holz bin ich behindert So, weil du jetzt ja keine Lust hast zu farmen Mach ich das jetzt mal schnell Ja, und ich mach für uns dann die Eisensachen Weil das was wir da gefarmt haben werden bestimmt nicht reichen Doch Für eine komplette Rüstung Ja, du, man braucht keine komplette Rüstung Ähm, du weißt schon, dass es ein PvP-Event ist und nicht einen hier Tee-Kaffee-Kranz und so, wo man in den feinsten Gewändern kommt Doch, wo ist Nee, dir ist das nicht wurscht, wir wollen gewinnen Ach, mach mal eh nicht Ja, mit jemandem wie dir kann man nicht gewinnen, glaube ich Dann muss ich leider nicht alleine kämpfen Versorg ich mich am besten auch alleine, weil du wirst du da so nicht schaffen Wirst du das erste abrecken? Nee, kann man dir das nicht Leck, Alter Jung, kauf dir mal eine ordentliche Fischkiste dann So Wir haben noch in etwa 6 Minuten Woher weißt du das? Laut Order City Ich hab relativ synchron aufgenommen Und Ich denke mal, dass viele dann sich erstmal beprügeln werden, wie man das so kennt Dorn ist auch noch Eisen, das hol ich mir gleich mal Oh mein Gott! Boah, das war knapp Nein! Oh mein Gott, ich hab das Höhengeräusch gehört, das bringt mir auch sehr viel hier Nein! Zeitverschwendung! Und wie klingt die Musik voll cool? Die von, äh, Dingsterbumster Wie heißt denn der gute Mann nochmal? Papa Fjord auf jeden Fall vorbeischauen, macht gute Musik Das kenn ich irgendwie aus Film, diese Musik teilweise, ne? Ja, das weiß ich doch nicht, ich hab nicht alle Lieder von denen Also die Orchestermusik-Lieder sind gar nicht mal so schlecht Vielleicht nicht schlecht, wenn man ein Intro macht, aber naja Hier noch Eisen, da ist Kohle, Eisen und Kohle Ich hab jetzt wieder 12 Eisen Wie viel hast du jetzt denn einfach im Ofen? 35 schon fertig Okay Dann mach uns erstmal gezielt ne Rüstung Und dann erstmal zwei Schwerter ist das wichtigste Und wir brauchen ne Eisenspitzhacke Zumindest eine, weißt du wieso? Also wir haben Also wir haben Also das ist ganz wichtig, weil wir in der Mitte Müssen wir so schnell wie möglich eigentlich hochgehen Aber wir warten einfach Weil wir können ja die Leute theoretisch töten und dann die Eisensachen wegnehmen Ansonsten werde ich uns da noch einen Bogen craften Damit wir uns noch einen Bogen machen können Beide Die haben ja nämlich 10 Pfeile vorgegeben Das ist verdammt wichtig So, ich hab jetzt noch 20 Eisen Das wird bestimmt auch nicht reichen Da oben ist auch noch Eisen Komme ich da jetzt ohne Probleme ran? Ja Nein! So OPC ist sicher drum im Hintergrund noch Naja Darum könnte ich eventuell rankommen Die Lianen sind hier so ein bisschen Komisch platziert Habe ich koppelst du und golos Koppelst du und Verschwendung jetzt hier Scheiß drauf So Wir haben noch 4 Minuten Hast du schon Schwerter gemacht? Nein noch nicht Ich komm jetzt einfach mal wieder nach oben Wenn ich wüsste wo das war War das jetzt hier? Ich denke einfach mal Och komm Wasser lass mich hier hoch Mann Boah und dieser jetzt ist so unaushaltbar Mein Gott Ist das jetzt hier oben? Wo ist das Secret? Da hinten ist das Secret Ab zum Secret Zum Secret Service würde ich sagen Ach der war schlecht ich weiß Da Gut So Hier Ja Hier Ich pack mal alles kurz in den Ofen rein Fleisch Müssen wir auch noch ein bisschen brennen hier Sag mal kann man Fire Swatch eigentlich auch so verteilen? Hast du noch was hingeworfen? Nö Hast du dir schon eine Rüstung gemacht? Ja ich habe jetzt eine komplett ganze Okay Ich hoffe das reicht noch für mich alles Wenn nicht lass uns doch mal schnell zusammen und was suchen gehen Ja Ich habe erst mal halt das gemacht was ging aus dem Stoff Haben wir darf kann ich denken was im Tester abliegen Scheiße mein Schwert hat gerade mal Bane of Atropodus Scheiße Das war jetzt nicht die beste Wahl Leider ist zwar noch Eisen Schatten ist eins Ja das ist schon besser als Bane of Atropodus Das wird mir nicht allzu viel gegen diese ganzen Spielerjabren Ich habe aber keine Spitzhacke mehr Dann mach dir ja noch Stein Komm ich ja so Also so wir haben noch 2 Minuten Hier ist noch ein bisschen Eisen Auf jeden Fall verdammt wichtig Das ist wieder spannend jetzt mittlerweile auch schon ne Naja oi So Bin ich schon wieder voll? Ja dann werfen wir mal den Zaun weg Den brauch ich eh kein Schwein Einen Wurftrank habe ich auch Einen Gepäusen übrigens Also wenn wir von da hinten attackiert werden sollten Wir werden einfach den Päusen tragen in die Fresse Und dann wird er schon sehen wie er kassiert Da oben ist noch Kohle Die sollte man vielleicht abbauen Ja ich mein so viel Kohle brauchen wir ja nicht EP es geht um die OP Ja ich hab noch 2 Level Ja du solltest am besten die ganze Rüstung versuchen zu fangen Du hast ja auch meine die ganzen Erfahrungsfläschchen für dich genommen Ja deswegen bau ja Kohle ab Ja trotzdem hast du für dich genommen Mir nix abgegeben Denn du warst nicht in der Nähe Egal Die 2 Level da rausbekommen habe Egal Jetzt move da wieder auf Noch eine Minute Ja ist ja gut ich seh das selber auf dem zweiten Bildschirm bei Outer City Bei Outer City Oh Eisen Sofort mitnehmen So Ich bin wieder Level 1 Also am besten die Rüstung nur auf Level 1 entschänden ne Ja Ja Uf Rannik ist da Ja Der wird sich bestimmt fragen Mit Telum und Pet Der wird sich jetzt fragen wieso er nicht mitmacht Aber er war nicht da Und die Leute wollten sofort aufnehmen So Rufen nochmal ein bisschen mehr rein Denkst haben wir nochmal 4 Eisen mehr 14 Eisen haben wir jetzt hier drinnen Wozu guck ich mal Viel Glück Es geht los Ne noch nicht ganz Einen Helm habe ich schon ne Ja Womit da manchmal noch kurz Schuhe Das zieh ich mir doch gleich mal an Ich muss mich kurz in der Kiste entleeren hier Da ist so viel Scheiße dabei Äh Leder Achso ich wollte gleich nochmal ein paar Bögen Äh Redstone Peter Was ist das denn? Oh Dragonball GT schon wieder Kann man das überhaupt hören? Ist das nicht GEMA frei? Nicht GEMA frei? Ah ok K-A-S-T-Beats Achso der hat das selber nachgemacht Stimmt Ja Ja Und solange wie du den verlinkst Ist alles legal Richtig Mein Gott Außerdem habe ich den extra nochmal angeschrieben und gefragt Hat er dir geantwortet? Ja aber selbstverständlich So Ich muss noch ne Hose anziehen So ich frag jetzt schon mal an um die Hose und so zu entchanten Entchanten? Ja du hast ja alle Level alter Ja ich hab doch gesagt geh doch was Mh Abbauen Ne nicht Level 2 Ne will ich nicht Level 1 Protection 1 ist schonmal ok Aber hab ich auch Protection 1 Aber nur einmal halt Ähm Soul Sand Wir können jetzt schon noch Soul Sand platzieren wenn einer kommt Das wollte dir nicht viel bringen Hast du eine ganze Menge ausgebaut hier wa? Ja Fleisch kannst du dir mal 3 auf den Ofen rausnehmen Damit ich nochmal das Restige reinpacken kann was ich noch gefunden habe So Oh die ersten verprügeln sich schon Mein Michi ist draußen Und ich mach schnell die Bögen Komm das mach ich weiter das geht gar nicht Jetzt ist mein Michi draußen Naja Ach der nicht Dr. Redster Achso ok Ne das war jetzt eher Oh Oliver Hat auch wieder einen rausgeschmissen So den ersten Bögen geb ich dir schonmal Ja was trinkt mir das ohne Pfeile Ja ich geb dir gleich 20 Pfeile So Den entschalte ich auch gleich den nächsten Nimm du doch mal das Restige Eisen raus was noch drin ist Dann kannst du noch ein paar EP Kugeln abgreifen Oh Penis Wieso spammt der jetzt die ganze Zeit Penis Ist der behindert? Okay die Ja so ist es richtig Und ähm Nervt ein bisschen irgendwie Ja aber So den Bogen mal schnell entschänden Um Level 1 Power 1 So muss das sein So warte ich geb dir mal schnell die Pfeile Wo sind die alle? Hab ich keine Pfeile? Sag da Hier warte Da hast du Pfeile Jetzt gehen wir gleich mal auf die Piste Und werden da mal ein bisschen rum Spam denk ich mal Stopp ich will dann erst nur das Eisen hier rausnehmen Dass ich noch ein bisschen was verzaubern kann Ja genau Boah das musste jetzt auch unbedingt jetzt sein Mit der PC-Sicherung Alter Dr. Redstone ist schon wieder tot Wie viele leben denn jetzt noch? Ja die schlagen sich bestimmt oben Okay dann werden wir sie sowieso nicht sehen Ich mach nochmal ein paar Redstone Fackeln Falls wir ein bisschen TNT zünden werden So Power 1 Hab ich auch So das können wir ja hier stehen lassen oder? Ja das ist scheiß egal So ich entleer mich jetzt mal mit allen Sinnlosen Weißt du ich mach mir nochmal ein zweites Schwert Und dir auch Ich hab schon ein zweites Schwert Ja toll Ähm Egal Ja weil du so ausgerastet bist TNT Ich hab jemand gehört Sind die über uns? Ich hör nichts Ich hör nichts Meine 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 Musik ist glaube ich zu Lachen wir mal nicht so viel Scheiß an Wir werden jetzt ein paar Leute looten gleich Ähm Awkward of Poison Was zu essen Die goldenen Apfel Gut Lass uns nach oben graben Warum hab ich jetzt Haken? Hab ich ja weggeworfen alle Mach aber bitte sowas wie eine Träupe Mach ich ja Also am besten da oben sind welche Die suchen uns schon regelrecht glaube ich Aber verfolgen dich da verfolgen sich gerade zwei Bist du hinter mir? Jo ganz dicht Auch mit Schwert gezogen? Ja Gut Wenn die gleich vor vorne kommen werfe ich denen einfach die Poison ins Gesicht Dann werden sie es schon erleben BAM So Auf welcher Höhe sind wir eigentlich? Ich hör schon Wasser Meine Spitzsack ist kaputt du musst gleich weitermachen Ich hab nur noch Ich meine es auch gleich im Arsch Oh ich hab nur noch Stein Also aus Holz meine ich Warte mal ich spuck dir meine mal Geh mal eins runter Wir sind gleich oben wir brauchen die nicht mehr Okay ja Hier ist Wasser Wir sind genau im Sumpf rausgekommen Ich hab irgendwie übel Schiss Nicht nur du Aber das ist immer so Wenn wir jetzt wieder gewinnen Mach ich ihm Fass auf Okay dann komm ich heute noch bei dir vorbei So pass auf pass auf Gucken wir uns erstmal um Hier ist nichts in der Nähe Jetzt kommt auch die richtige Kampfmucke Oh 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 Alter KSC Beats ist manchmal richtig laut Hier sind wir gespawnt Nicht rennen am besten Ja jetzt ist er weg Hier geh um die Ecke Hier Hier komm mit Nein zurück 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 Genau Ich hab den Bogen in der Hand Ach da Am besten nicht rennen Sonst wird es Hier ist eine Kiste Darum steht Der hinten ist einer Oh ich hab Angst Ich hab Angst Voll die Paranoia Alter Da sind welche gewesen Was ist hier drinnen? Nichts Komm mit Komm mit Da liegt noch ein Bogen und so Aufsammeln und Essen Die sind glaube ich gerade in den Wald verschwunden Zwei Ich höre irgendwo ein Ach das sind wie auf dem Sand Oh Ja ja Oh wir sind glaube ich zwei Teams Leben Ja das ist jetzt der Wette eins gegen eins Mein Pull Ja nicht nur deiner Alter Pass auf wir müssen uns von hinten decken Wir machen die Camper-Taktik Du passt von hinten aus Ich pass von vorne auf Wenn jemand von der Seite kommt Das sehen wir ja Mal schön umdrehen Alter das ist echt Das ist echt gerade Verdammt spannend Und du wolltest mir nicht glauben Wir brauchen kein Oh Haben die uns auf uns geschossen? Nö ich habe nichts gehört Jetzt habe ich zwei Bogen Power 1 Power 1 Komm wir gehen mal nach nach vorne Oh hier liegt ein Schwert Warte ich komme zurück Ich habe genau das Sammeln Schöne eingesammelt Bleib schön da hinten Was ist das? Scharpen ist eins Das tauscht sofort durch meins aus Und ich habe doch ein Speed Warte ich gebe jetzt mal Speed Okay So Oh Komm wir gehen einfach durch die Wie viel hast du? Ich habe eine Minute 50 Ich habe auch eine Minute 50 Okay Wird das denn abgezogen oder ne ne? Nö Also früher war das immer so Ähm Dass einer mehr gekriegt hat Und einer weniger Da fliegt einer Ja der Die können uns eh nix Boah Was ich für einen Schiss habe alter Oh hier Speed nochmal Werfen wir uns Wenn wir so weit sind Warte Ich jetzt Und ähm Regeneration Gut Mach dir das gleich mal in die Taskleiste rein Hab ich schon Die Taskleiste Ja die Taskleiste Hoffentlich vercampen die sich jetzt nicht Die Schweine Warte mal Kann ich Darf ich Optify nutzen? Ja logisch Hier ist der Umsatz mit seinem Zoom Blick Ne Hier ist keiner in der Nähe ne? Niemand Moment Wo bleiben die Schweine? Ich will jetzt noch nicht 30 Minuten nur rumpacken Wobei wir hier die ganze Zeit spielen gehen Alter Komm mit wir kommen mal mit Wir suchen und gehen mal die andere Hauptstraße ab Ja ich werde da auch wieder eine Folge raus machen klar Ja und ich werde da wieder so paar Gigabyte hochladen Alle drei natürlich Ja Mich macht das ja nix Ah ist das Ding noch nicht richtig angeklickt Ist es schon oben Waren wir hier schon? Ich hoffe mal da oben ob die Diamanten noch da sind Da sind noch Diamanten Aber nur einer Und das eine Kiste Darf nichts drin Scheiße Die Diamanten lassen wir mal da oben mal liegen Weil wir haben eh keine Spitzhacke mehr dafür Ich gehe jetzt mal nach oben und suche mal nach der Aussicht Aber hier ist scheinbar niemand Die haben sich bestimmt jetzt verbuddelt Ja aber Klar Jetzt kommen sie von hinten so Auf jeden Fall dann gibts Auf und Fresse Also wir suchen die jetzt mal Wenn die jetzt die ganze Zeit schifft drungen Ist es ja wirklich unfair oder? Naja Verboten ist es ja theoretisch nicht Ne aber es zieht das Spiel wirklich in die Länge Und wenn ich jetzt nochmal gewinnen würde Ich würde mich so feiern Das lag dann aber nur an mir Warte mal Senden Schriften Ich esse jetzt mal was Da kommen sie Da kommen sie Oh fuck Wo denn? Ja Hast du einen Feuerbogen? Alter Verwalter Beschütze dich mal von dem anderen Ja wie die Diamanten Der ist jetzt tot Ja helf mir Sterb Haben wir gewonnen? Nein der eine lebt noch Wie komm ich hier raus? Ich hol mir den Typen jetzt Du gehst sterben Ich lass mich nicht noch Ich komm den Apfel gleich schonmal an die Fresse Ich hab drei goldene Äpfel Boah Oh das Mich verfolgt hier oben einer Ich seh den nicht Wo kämpft der Junge Wo kämpft der Junge? Der ist am Campen ohne Witz Der ist am Campen Ja der hat ein Der hat ein Diamantschwert Ja und? Ja aber wo hat der da der? Das kann man sich Die haben sich Die jemanden von oben geholt haben sich das gecraftet und entschändet Achso 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 Oh jetzt geh Puls von 108 Und wo ist der Typ man? Du darfst mich ja nicht spoilern Ne ich komm auch nicht hier raus weil wir keine GM sind wir zwei Ich seh den nicht Der läuft hier umher und schlägt mich Ich seh den nicht Junge du musst dich zeigen Zeig ich Mein Gott der zeigt gleich Ach ne ja Geht beide in die Mitte genau Bin da ich warte jetzt auf ihn Wird er es schaffen? Oder nicht? Seht ihr im zweiten Paar? Ist das ohne Witz? Ne nicht ohne Witz Dann spieh ich halt mal meine Musik ein bisschen aus Dann ist er Das hört sich gut an Dann gib mal auf den Fressern Auf den Fressern Auf den Fressern Doch hoffentlich Hasten Hasten Nein Ich glaub diesmal kriegt er auf den Fressern Scheiße Nein Ach Nein Das war verdammt knapp Das war verdammt Verdammt knapp Halbes Seat Halbes Seat hat er nur noch Scheiße Egal ich bin aber Zweiter und das ist schonmal okay So Ja ich denk mal dann war's das Bis zum nächsten Mal Danke fürs Zuschauen Tschüss